Der Chat is on fire! Among Us! Mit dabei sind ganz viele Leute. Unge. Hey Domtendo. Ja? Das wird für dich heute ein Erlebnis hier. Ich weiß, das ist mein erstes Mal. Ich habe keinen Plan. Ey, wie kann ich ausmachen, dass mich Leute bei Discord anschreiben? Das nervt ja unglaublich. Weil es mich nervt gerade. Ich kriege die ganze Zeit Spams hier rein. Wie mache ich das aus? Ja, du musst dich erst mal konzentrieren und die Klappe halten. Du 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 du. Hä? Insert Card? Was ist das denn? Ah. Was? Du fast? Halt's Maul. Halt's Maul, man! Was für zu fast? Hä? Was ist das für ein Scheiß? Too slow? Okay. Alles klar. Und da war da Domen... Domen... Domtendo, sorry. Und Max... Und dann wurde ich eingesperrt mit den zwei und bin gerade seit dem Kreis gerannt mit den Tischen. Digga, nein! Ich habe keinen Plan! Oh, oh, oh. Scheiße, Becky, Becky! Oh, fuck, fuck, fuck! Nein! Nein! Oh nein! Ich bin raus, weil er gekommen ist. So, Domtendo ist schon wieder aus. Ohne Wind. Ohne Wind. Ich habe ihre Stimme nicht mal gehört. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Und in Mad Bay liegt die Leichen. Ja gut, habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Plattform im Spiel. Micky und Domtendo, der... Geile Rolle, Micky! Nein! Der Start spielt, Mann! Ja, Moin! Als ob die es geglaubt haben. Download. Okay, zieh dir. 1 zu 1 Internet regelt. Was ist das? Klicken Sie jede Zahl nacheinander an. Was muss man da machen, verfickt nochmal? Hä? Sie schaffen das. Achso, alles nach... Oh, okay. Verstehe, verstehe. Student. FIFA Packs. Brasilien. Schnell uploaden. Uploaden! Junge! Mach hinne! Mach hinne! Jaja, oder Tim ist das... Es wird schon wieder gewartet, ohne mich aufgeben zu machen. Ich habe schon wirklich gesehen. Raff dir das Game über auf! Nein! Kann ich Tim sein. Hallo! Oh shit, Digga. Weil Trimax wird es halt niemals schaffen. Seien wir ehrlich. Oh, lol! Was macht der denn? Digga! Ich glaube, Trimax zu 100%, es ist Caruso. Er lacht auch einfach. Wofür er irgendwas erreden würde. Ich hab ganz sicher, dass er vom Domteno der andere Imposter war. Leute, es ist Caruso. Er ist mitgegen gelaufen und ihr glaubt mir nicht. Leute, es ist Caruso. Ich hab ihn gesehen. Es ist super. Es ist super. Nein, wir sind zwei Auffagen. Ich hab ihn einfach voll erwischt. Domi und Trimax, beste Imposter-Duo. Das war einfach nur so, Dream Team.